Also ganz, ganz klar, dass wir schauen müssen, was geht überhaupt. Also wenn wir jetzt Fiverr to the Bauer nur so ein Glasfaserkabel an jeden Kuhstall anbinden wollen, dass das würde... Oh, die Kuh in der Cloud. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind hier wieder im Bundestag und ich habe ein neues Gesicht neben mir. Wer bist du? Ich bin Jens Köppen aus der CDU-CSU-Fraktion. Du bist Bundestagsabgeordneter? Genau. Und jetzt habe ich dich hier gerade getroffen. Wo sind wir hier? Wir sind hier auf der Fraktionsebene und wir haben gerade eine Pressekonferenz gemacht zur Einsetzung des neuen Ausschusses für Internet und Digitale Agenda. Was soll das sein? Das ist ein Ausschuss, der sich speziell mit den Themen der Digitalisierung in der Gesellschaft befasst und befassen muss, aus meiner Sicht auch ein bisschen zu spät, aber es ist nie zu spät. Also wir sind froh, dass der Ausschuss jetzt da ist. Also Deutschlands Digitalisierung fängt ab heute an? Nein, die ist schon da sozusagen, aber wir haben vielleicht zu... lange gewartet, zu lange reagiert und nicht agiert und von daher muss das jetzt ein bisschen besser werden, ein bisschen schneller gehen. Ja genau. Erzähl mal, wie war es jetzt in der Vergangenheit? Was meinst du mit reagiert? Also wir haben zu sehr auf die Risiken des Internets geschaut. Also hinter jedem Busch ist da irgendwo ein Fuchs und da könnte das schlecht sein. Und mit den Daten ist das alles ganz kompliziert und so weiter. Und da haben wir auch nicht die Chancen gesehen. Aber das Internet als freiheitliches Medium für Unterhaltung, für Information, für Kunst und Kultur, für Bildung, für E-Health und alles, was dazugehört und vor allem für wirtschaftliche Betätigung ist viel zu schade, um einfach nur zu sagen, da gibt es ein Risiko. Und wir müssen erstmal ganz vorsichtig sein. Der Deutsche ist ja so ein bisschen generell ein bisschen vorsichtig bei allem, was an Neuen auch da ist. Und jetzt mittlerweile ist das Netz ja nicht mehr neu, sondern ist ja eigentlich schon... Das ist kein Neuland mehr. Das ist kein Neuland mehr, ja, um das mal zu strapazieren. Es ist etabliert und von daher müssen wir jetzt auch mal so langsam in die Puschen zu kommen. Und was können wir damit machen, außer nur zu blocken, außer nur ein Video hochzuladen und so einen Film uns selbst runterzuladen, sondern einfach eben, was kann man damit machen? Ich hatte letztens gerade einen Experten da, der Sascha Lobo, der meinte, da war es genau andersrum. Und wir haben irgendwie nur immer von den tollen Internetsachen gesprochen und er hat seine Naivität so ein bisschen herausgestellt. Der meinte, wir haben die Risiken immer gar nicht erkannt. Und jetzt durch den NSA-Skandal sehen wir erstmal, was es für Risiken gibt. Siehst du dir auch... Ja, vielleicht hat er da auch ein bisschen recht, dass das alles ein bisschen zu euphorisch war. Aber gerade in Deutschland, gerade in der Politik, und ich rede ja von der Politik, die haben dann eben sehr schnell auch die Risiken gesehen, haben dann gesagt, okay, lasst uns mal vorsichtig sein mit den ganzen Sachen und so weiter. Aber wir haben auch unterschätzt, was alles passieren kann. Also gerade mit NSA, gerade mit den Datenskandalen und so weiter, es traut sich ja fast niemand mehr, irgendwas in die Cloud zu laden, weil man nicht weiß, wo liegt das Zeug dann und ist das dann auch wirklich sicher. Und da müssen wir wirklich besser werden. Ja, aber ich meine, wir werden faktisch im digitalen Raum total überwacht. Da wollt ihr euch jetzt zum Beispiel einsetzen? Wir sind kein NSA-Untersuchungsausschuss, den gibt es ja separat. Also wir wollen eine eigene Agenda strecken. Wir wollen selbst, ich sag mal, unsere eigene Tagesordnung auftun. Wir wollen nicht das Tagesgeschäft des Deutschen Bundestages begleiten. Das werden wir natürlich auch müssen. Wir werden zu NSA was sagen müssen. Wir werden zu Datenklau was sagen müssen. Das ist doch kein Tagesgeschäft. Das ist doch jetzt schon der größte Skandal seit einem Jahr. Ich sage mit Tagesgeschäft meine ich, dass das die Arbeit der Innenpolitiker ist. Die müssen sich damit beschäftigen. Das wird auch weiterhin ein Fehler für uns so sein. Aber wir müssen eben aus unserer Sicht des Ausschusses für Internet und Digital Agenda sagen, und da müssen wir uns auch entsprechende Fachleute einladen, das werden wir auch tun, die dann sagen, okay Leute, das und das müsst ihr tun, auch in der Politik, dass da letztendlich auch mal einen Fuß in die Tür, dass ihr einen Fuß in die Tür bekommt. Und das können wir natürlich nicht, weil wir sind nicht die Fachleute, sondern wir sind Politiker. Und deswegen brauchen wir uns externen Sachverstand, die werden wir uns auch einholen. Und seid ihr denn auch, wollt ihr einsetzen dafür, dass es jetzt irgendwie mehr, bessere Internetgeschwindigkeit gibt in Deutschland? Das ist natürlich auch eine Sache, die uns bewegt und die auch uns beschäftigen wird. Aber das ist natürlich irgendwo Aufgabe des Verkehrsministeriums, der jetzt ja die digitale Infrastruktur. Das ist das Analoge? Nein, das Verkehrsministerium hat jetzt die digitale Infrastruktur auch auf der Agenda. Und das wird dann natürlich auch beherrschen müssen. Da gehört natürlich ein Haufen Geld dazu. Aber wir werden das natürlich auch pushen. Ich habe vorhin gesagt, wir werden der Brandbeschleuniger sein in dieser Beziehung, weil wir wollen natürlich, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Es nützt ja niemandem was in der Uckermark, wo ich herkomme, wenn es ganz tolle Netzabdeckungen in Berlin gibt. Und der Ökobauer oder der Handwerker kann nicht mal seine Waren bestellen oder auch vertreiben und Dienstleistungen anbieten. Ich komme aus Mecklenburg, da haben wir, wenn ich da zu Hause bin, wir haben überhaupt kein DSL, überhaupt keine schnelle Verbindung. Und auf dem Internet, hier ist das Telefon, Handy, Economics. Da wollt ihr was tun? Da wollen wir mithelfen sozusagen. Wie kann man da mithelfen? Also ganz klar, dass wir schauen müssen, was geht überhaupt. Also wenn wir jetzt Fiverr to the Bauernhof, also ein Klassfaserkabel an jeden Kuhstall jetzt so anbinden wollen, dass das würde... Die Kuh in der Cloud. So ungefähr, ja. Oder ich sage mal digitalisierte Milcherfassung und was auch immer. Das ist ja alles rein theoretisch möglich. Wann muss die Kuh gemolken werden und dann geht die automatisch da hin und dann wird die Milch dann letztendlich verkauft. Das muss es ja jetzt nicht sein, obwohl, warum nicht? Ja, also aber letztendlich ist es wichtig, dass die wirtschaftliche Betätigung, egal was es ist, auch im ländlichen Raum sichergestellt ist. Bei uns ist es so, also da, wo ich wohne, habe ich 50 MBit, das ist in Ordnung. Dann fahre ich ein paar Kilometer zum nächsten Ort und da habe ich zwischendrin nicht mein Handy empfangen. Und das kann nicht sein. Also das ist eine Daseinsvorsorge, Internet und digitale Digitalisierung. Und von daher, wie eine Straße, wie ein Kindergarten, wie eine Musikschule, das gehört einfach dazu. Ansonsten zieht dort niemand hin. Ja, das ist die erste Frage, wenn jemand sagt, okay, klar, ich habe da Arbeit, ich habe ein gutes Grundstück am Wasser, alles wunderbar bei euch in der Uckermark, was habt ihr denn für eine Internetabdeckung? Und wenn man dann ankommt, naja, mit 10 oder 5 oder ISDN oder irgendwas oder 2G, dann sagen die, tschüss, das war's, ist ganz nett bei euch. Aber warum ist da in den letzten 10, 20 Jahren nichts passiert? Also ich meine, ich habe jetzt gehört, in Südkorea, die haben 450 MBit-Standard in Schweden, Gitterdruckzug. Haben die es kapiert und wir nicht? Ich weiß nicht, ob es sich besser, es ist natürlich mit Schweden nicht zu vergleichen, weil wir haben 80 Millionen Einwohner. Da brauche ich jetzt mit Südkorea nicht anzufangen, aber vielleicht haben wir es ein bisschen verschlafen. Woran liegt das? War kein Geld da? War die Einsicht nicht da, dass man da was machen muss? Es ist natürlich immer die Frage des Geldes, das ist doch ganz klar. Und wie gesagt, wenn ich mich auf Glasfaser nur spezialisiere und sage, ich mache nur Glasfaser und alles andere mache ich nicht, also als Universallienst, als Grundversorgung, dann verzögert das natürlich alles, weil das Geld kostet, weil ich neue Creme schachten muss. Das kommt ja von eins ins andere. Ich habe gelernt, lassen wir das nicht von Unternehmen machen? Also können wir denen nicht helfen? Ja, natürlich. Können wir denen nicht helfen? Klar, aber da müssen wir auch dafür sorgen, dass das Unternehmen nachher zwischen Daumen und Zeigefinger auch was davon hat. Das heißt, wenn die eine Erschließung machen, müssen die natürlich auch die Kunden dann haben dürfen, sozusagen, die letztendlich dann auch dafür bezahlen. Das heißt auf Deutsch, wenn die Telekom da was buddelt, dann muss die Telekom auch die Kunden da haben? Dann muss es irgendwie auch so geregelt sein, dass es letztendlich in irgendeiner Art und Weise dazu kommt. Ja, letztendlich, ist ja klar. Wenn sich dann einer on top draufsetzt, dann funktioniert es ja dann letztendlich nicht mehr. Also Firma A schachtelt, buddelt und stellt den Kasten und Firma B holt sich zwischendurch, wenn die noch am Arbeiten sind, die Kunden. Das kann, ich sage mal, nicht funktionieren. Dann wird dann Firma A dann irgendwann sagen, mache ich nicht mehr. Ja, und da müssen wir schauen, was für eine, ich will das nicht komplett regeln, der Markt soll es alleine entscheiden irgendwo, aber man muss eben schauen, dass es dann doch irgendwo ein paar Leitblanken gibt, wo man sagt, okay, sonst funktioniert das nicht. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, es muss technologieoffen sein. Ja, also LTE, also Funklösungen und Satellitenlösungen sind im ländlichen Raum nach wie vor, werden noch eine Weile gefragt sein. Aber es muss so sein, dass am Ende des Jahres 2018 letztendlich flächendeckend in Deutschland 50 Mbit stehen. Wow. Das ist unser Ziel. Und das ist das Ziel der Bundesregierung, steht im Koalitionsvertrag. Und dass es nicht versemmelt wird, müssen alle mit tun. Liegt denn irgendwo schon Glasfaser in Deutschland? Glasfaser liegt sehr viel. Ich glaube, die Kilometerzahl nicht im Kopf, es ist sehr viel Glasfaser. Aber es wird natürlich erst mal sich, man wird sich erst mal konzentrieren, oder man konzentriert sich erst mal auf die Ballungsgebiete, auf die Städte. Und in Ostdeutschland liegt sehr viel Kupferkabel. Ja, und da gibt es aber auch eine technische Lösung, das sogenannte Vectoring, dass man da das so ein bisschen, ich sag mal, pusht diese ganze Sache, dass da eben auch schnelle Internetverbindungen möglich sind. Ganz kurz, Vectoring heißt? Das Vectoring, das ist, ich sag mal, dass die Kupferkabeltechnik im Prinzip so ertüchtigt wird, dass da nahezu Glasfaser-ähnliche Geschwindigkeiten möglich sind. Umfunktioniert. Das wird umfunktioniert, da gibt es dann, ich sag mal, andere Umsatztechniken und so weiter. Das funktioniert auch schon. Da sind allerdings auch andere, ich sag mal, Marktmechanismen nötig, denn da kann kein anderer mehr dann in diesen, ich sag mal, Verteilerkasten, wenn ich es mal platt sage, mit sich raufschalten, sondern das ist dann ein System eines Unternehmens sozusagen. Da sieht man schon wieder die Gefahr der Monopolisierung. Also wir müssen sehen, das war alles geschickt zusammenfügen bei der Breitbanderschließung. Ich habe jetzt auch gelernt, was wichtig ist in der digitalen Agenda, jetzt von Sacha Lobo, der hat gesagt, wir brauchen eine Netzneutralität. Werdet ihr euch dafür einsetzen? Netzneutralität ist ja im Prinzip gegeben. In Deutschland ist das nicht das Thema. Ist das gesetzlich festgeschrieben? Das muss zur Zeit nicht gesetzlich festgeschrieben werden. Ich bin auch dagegen, dass wir nun alles wirklich immer per Gesetz und dann über ein paar Grafen ranhängen. Aber das scheint eine grundsätzliche Sache zu sein. Das ist eine grundsätzliche Sache, insbesondere auch der sogenannten Community, sag ich mal, dass die natürlich wollen. Die Netzgemeinde. Die Netzgemeinde, aber ich finde, dass es eine Netzgemeinde so gar nicht gibt letztendlich, sondern die Netzgemeinde sind wir irgendwie alle. Es ist genauso der Silver Surfer wie der Digital Native oder der Nerd. Also ich würde da nicht so gern das unterteilen in Netzgemeinde, Nerd und auf der anderen Seite der Internet-Ausdrucker, die Oma, die dann letztendlich so ein bisschen im Netz sich bewegt. Netzneutralität bedeutet, ich habe eine große Autobahn. Da darf ich langfahren, ob das der Ford Fester ist oder der Audi A8. Das muss für jeden gewährleistet sein. Wenn ich einen anderen Komfort möchte, setze ich mich eben letztendlich in die Premium-Klasse und fahre damit, muss dann natürlich auch mehr Geld ausgeben. Aber für mich bleibt die gleiche Autobahn, die gleiche Straße letztendlich. Und ich muss dafür sorgen, dass es staufrei geht. Also die Premium-Klasse muss dann irgendwann mit Stauhaus genauso stehen. Ich habe gelernt, dass die Premium-Klasse quasi genauso schnell am Ziel sein muss, wie der Ford Fiesta. Muss nicht. Das wäre Netzneutralität. Das wäre Netzneutralität, wenn man es mal so vergleicht. Aber wenn der eben komfortabler dorthin kommt, dann muss er natürlich auch dann mehr Geld ausgeben. Wichtig ist, dass der Ford Fiesta letztendlich im Rahmen der Möglichkeiten auch sicher und in seinen Verhältnissen komfortabel da ankommt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die Premium-Klasse, die soll ja dann nichts dagegen, dass die bevorteilt wird. Ich meine, die Telekom, ich habe zum Beispiel bei der Telekom, die YouTube-Videos werden zum Beispiel echt langsam übertragen, weil irgendwie YouTube, der Telekom kein Geld bezahlt. Da ist das schon mal die Netzneutralität verletzt. Ja, also es ist ja letztendlich im Gespräch gewesen mit der Telekom und dieser Klassifizierung. Es muss natürlich auch möglich sein, mit der Bereitstellung von Netzen auch Geld zu verdienen. Das heißt allerdings nicht, dass ich eben das andere in Anführungsstrichen Netz, weil es gibt ja nur eins letztendlich sozusagen, verlangsamen darf und dann, ich sage mal, ein Bezahlnetz daraus mache. Ein Zweiklassennetz. Ein Zweiklassennetz. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es eben wichtig ist bei e-Health, also wenn ich Telemedizin mache, dass es dann natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Priorisierung geben muss. Und dass ich dann, wenn ich meinen Film runterlade, eben, ich sage mal, die halbe Minute dann mich anstelle, weil es halt nicht so wichtig ist. Solche Prämissen muss ich schon setzen. Das ist aber, wie gesagt, im Begriff der Netzneutralität, glaube ich, wie wir es auch in der Enquete-Kommission gemacht haben, sichergestellt. Aber irgendwie so ein Grundrecht, nicht? Oder irgendwie gesetzlich geregelt? Netzneutralität? Ich wundere mich so ein bisschen, dass... Da haben sie sogar selbst angesetzt. Ja, ja, ich wundere mich immer, dass gerade diejenigen, die immer verteufeln, dass der Staat überall eingreift, jetzt bei der Netzneutralität das Grundrecht unbedingt, also das als Grundrecht haben wollen und gesetzlich festschreiben wollen. Es gibt da Diskriminierungsverbot. Ja, natürlich. Und damit ist es ja aus meiner Sicht auch erschöpft. Man sollte es nicht überborden, sozusagen. Ich persönlich hätte nichts dagegen, aber ich wundere mich, wie gesagt, dass nun plötzlich nach dem Grundgesetz gerufen wird, und dass wir jetzt eine Grundgesetzänderung machen müssen, um die Netzneutralität dort reinzuschreiben, wo eben die gleichen Leute sagen, also macht man nicht so viel mit Gesetzlichkeiten und mit Leitplanken. Also wo ich das erste Mal Leitplanken gesagt habe, da ist die Community im Kreis gesprungen. Und ich hatte dann meinen ersten Shitstorm, sozusagen. Aber jede funktionierende Gesellschaft lebt nun mal auch in Leitplanken. Und wie wir diese Leitplanken gestalten, das wird auch eine Aufgabe des Ausschusses sein, unter anderem oder jedes Ausschusses, dass sich der Nutzer, aber auch der Anbieter frei und sicher im Netz bewegen kann. Und dazu muss es eben, dass ihm keiner links und rechts runterfällt, auch irgendwo eine Leitplanke geben. Und zum Schluss zwei kleine Sachen. Du warst, ich habe früher gehört, es gab eine Internet-Enquete. Was war das? Die Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft in der letzten Legislaturperiode hat sich mit Sachverständigen, das ist ähnlich wie ein Ausschuss, Abgeordnete, aber auch Sachverständige, die von den Fraktionen mit eingeladen werden. Das heißt Experten. Experten, die letztendlich, ich sage mal, über das Thema reden. Über, das haben wir uns vorgenommen, über das Tagesgeschäft hinaus auch. Wir wollten keine Netzsperren-Enquete sein und auch keine Urheberrechts-Enquete, sondern wollten uns über das Tagesgeschäft hinaus bewegen. Ist uns nicht in allen Facetten gelungen, aber ich glaube, ein großes Ergebnis und ein gutes Ergebnis ist, dass wir gemeinschaftlich damals in der Enquete gefordert haben und uns gewünscht haben, dass es eben diesen separaten Ausschuss gibt. Und der ist nun da. Hattest du was gelernt da? Ja, natürlich. Man lernt jeden Tag, wenn man im Deutschen Bundestag, ich sage mal, in den Ausschüssen, in den Gremien, in den Anhörungen sitzt. Vor allen Dingen in der Enquete auch der externe Sachverstand. Der war ganz wichtig. Und wir hatten ja auch in der Enquete den 18. Sachverständigen. Das war der Bürger. Wir haben versucht, neue Beteiligungsplattformen zu etablieren. Das ist uns auch nicht in allen Bereichen gelungen. Aber das wollen wir in dem Ausschuss in irgendeiner Art und Weise auch fortführen. Und da sind wir auch angewiesen auf die Ideen, der Leute, die davon was verstehen. Und da werden wir uns auch ein paar einladen und werden uns sagen, was wir so tun könnten. Du meinst, du hast viel gelernt. Hast du irgendwo deine Meinung geändert in der Enquete-Kommission? Nein, die Meinung habe ich nicht geändert, weil ich bin, wie gesagt, kein Digital Native. Ich nutze das Internet in allen Facetten. Twitterst du auch unter? Ich twittere und ich poste auch auf Facebook. Dann blenden wir es gerade schon mal ein. Ja, genau. Und nein, ich sage mal, wichtig ist für mich, dass das, ich komme aus dem Osten. Schön, ich auch. Und ich habe 28 Jahre lang in einer Diktatur gelebt. Welche? In der DDR. Und in dieser Zeit gab es ja nun nicht wirklich freien Journalismus, freie Medien und freies Internet. Natürlich sowieso nicht, weil die Zeit noch nicht daran war. Aber deswegen halte ich dieses Tool, Internet, ich nenne es mal einfach so, platt so, für ein ganz wichtiges, ein freiheitliches Instrument. Da werden in Nordamerika, ich sage mal, in Nordafrika, ich sage mal, Revolutionen mit organisiert, sozusagen, über Facebook mehr oder weniger. Ich halte es für eine ganz wichtige Geschichte. Und die muss eben letztendlich ausgebaut werden. Die muss eben auch gesichert werden. Ich möchte, dass dieses Medium sicher ist, dass die Leute auch sagen, ja, ich tue meine Daten in die Cloud. Das ist sicher, das ist völlig in Ordnung. Und da spioniert weder ein Chinese und noch ein Ami drin rum. Oder ein Deutscher. Oder ein Deutscher oder wer auch immer. Das ist mir ganz wichtig, dass das eben letztendlich auch keine Zukunftsmusik ist, sondern auch in der Gegenwart auch gemacht werden kann. Und zum Schluss, du meintest gerade freie Presse. Die digitalen Journalisten werden gerade von der Bundestagsverwaltung diskriminiert, weil da werden nicht die gleichen Regeln angesetzt wie bei den Analogen aus den alten Medien. Der Kollege Jatz Homburg hat schon gesagt, dass er sich da beschweren wird. Willst du da auch ein Wort einlegen bei Herrn Lammert? Genau. Du meinst die Blogger oder sowas? Ja. Nein, also ein Blogger ist genauso ein Journalist wie einer, der das irgendwo auf dem Stück Papier druckt sozusagen. Das ist ja ein Herr Lammert anscheinend nicht so. Ich glaube das gar nicht mal so. Es kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Akkreditierung darauf an. Ich weiß es nicht, was dort gelaufen ist. Ich bin ja auch Mitglied im Ältestenrat und ich werde das sicherlich auch dort mal verfolgen und ansprechen. Wir werden uns die Freiheit auf alle Fälle nehmen, Blogger, Internetaktivisten, was auch immer einzuladen. Auch Gründerszene, Startups und so weiter, um eben auch ein anderes Bild zu werfen. Wir wollen offen sein, wir wollen transparent sein, auch in diesem, gerade im Internetausschuss, aber auch im Deutschen Bundestag. Und da gehört auch vielleicht auch ein bisschen Aufklärung dazu. Und ob das jetzt, ob nun jetzt der Bundestagspräsident in Anführungsstrichen dahinter steckt oder irgendjemand anderes, das müssen wir einfach beobachten. Wir müssen zeigen, ich will auch so ein bisschen Normalität ins Geschäft holen. Auch ein bisschen entideologisieren, dass das nicht ein, ich sage mal, ein Blogger irgendwo ein linker Spinner ist, sondern jemand... Gelten die so? Nein, das wird ja hier und da mal irgendwo gesagt, sondern dass das jemand ist, der einfach seiner Arbeit nachgeht und Informationen geben will, aber auch Informationen holen will und so weiter. Und das ist ja nichts anderes, als wenn ich an den Zeitungsgios gehe und mir irgendeine Zeitung da raussuche. Und da gibt es ja auch das gesamte Spektrum von links nach rechts, wenn ich das mal so bedienen darf sozusagen. Und das sind nicht alles verrückte Typen, sondern... Nicht alle. Nicht alle, viele. Und das finde ich auch gut, verrückt im Sinne von, ja... Versessen in die Politik sozusagen. Also es ist ja völlig in Ordnung und ohne, ich sage mal, Pioniere, ohne Spinner, ohne Crazy People sozusagen, kriegt man auch die Gesellschaft so nicht so richtig nach vorne. Also von daher alles mit rein, was ich, wenn man sich im Rahmen der, ich sage mal, auch der gegebenen Regeln sozusagen, der gesellschaftlichen Regeln, ich will jetzt nicht die Bundestagsregeln mal so hervorheben, aber der gesellschaftlichen Regeln bewegt, ist es alles in Ordnung. Und diese Regeln braucht ein Land, braucht eine Nation, braucht die Welt und braucht doch der Ausschuss. Aber letztendlich innerhalb dieser Regeln... Also kann sich Markus Becker da, der keine Jahresakkreditierung für den Bundestag bekommen hat, jetzt doch noch Hoffnung machen? Na, der war ja Mitglied in der Enquete-Kommission als Sachverständiger, ja. Also der, der, der hat... Der berichtet seit zehn Jahren über den Bundestag. Der hat ja einen eigenen Hausausweis, also er ist ja hier ein- und ausgegangen. Also von daher, die Normalität ist ja in der vergangenen Legislaturperiode schon lange eingetreten. Und jetzt wurde gesagt, nein, du bekommst keine Akkreditierung. Ja, das muss man ja mal sehen. Also da werden wir uns schon dafür einsetzen, dass eben solche Leute auch mit dir reinkommen. Wir müssen mal gucken, welche Regeln dort sind. Ich habe das auch heute zum ersten Mal gehört. Schauen wir mal nach. Also ich glaube, das ist die geringste Hürde, die es da gibt. Wunderbar. Vielen Dank. Wir sagen danke. Ciao. Bis denn. Da ist die Kamera. Wir haben gerade mit dem CDU-Mann irgendwas mit digitaler Agenda geredet. Jetzt habe ich hier wen? Lars Klingbeil. Du bist von welcher Partei? Ich bin von der sozialdemokratischen Partei SPD. Und du bist jetzt auch in diesem Ausschuss? Genau. Ich bin Sprecher der SPD in dem neuen Ausschuss für die digitale Agenda und bin derjenige, der das auf SPD-Seite alles koordiniert und da die Verantwortung trägt. Warum ist sowas wichtig? Das ist ja jetzt neu, oder? Genau. Das ist der einzige Ausschuss, der in dieser Legislaturperiode neu gegründet wird. Wir hatten 22 in der letzten. Die gibt es jetzt auch wieder und jetzt kommt der 23. dazu. Das Thema ist in meinen Augen wichtig, weil der ganze Bereich Internet immer mehr Bedeutung bekommen hat. Auch eine ganz junge Generation, die dieses Thema sehr wichtig findet. Und das muss dann hier im Parlament auch sein. Und wir müssen uns als Parlamentarier darum kümmern. Gab es vorher also nichts, irgendwas mit Internet und digital? Es gab in den letzten vier Jahren eine Enquete-Kommission. Das ist eine Fachkommission. Da waren 16 Abgeordnete, 16 Sachverständige drin, also Leute von außen. Und wir haben uns um die ganzen Fragen des Internets gekümmert. Die Enquete ist aber nicht in Gesetzgebungsvorhaben eingebunden, sondern es ist eher so eine Kommission, die dann nachher einen sehr umfassenden Bericht vorlegt mit Handlungsempfehlungen für das Parlament. Und das Ganze soll jetzt in konkrete Politik übergehen. Das heißt, ihr könnt jetzt in eurem Ausschuss Gesetzesvorhaben starten? Wir können sie nicht starten, weil wir ein Ausschuss sind, der mitberatend ist. Aber wir können sie mit anderen Ausschüssen zusammen auf den Weg bringen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung was im Bereich des Breitbandausbaus machen will, dann werden wir damit beschäftigt, können die Sachen auch ändern, können sie beeinflussen. Und es gibt jetzt diesen netzpolitischen Blickwinkel auf die Entscheidungen, die hier im Parlament getroffen werden. Das ist ein Unterschied zwischen einem Ausschuss, den ihr habt, und einem normalen Ausschuss? Bei den normalen Ausschüssen, also eigentlich gibt es keinen Ausschuss. Bei den normalen Ausschüssen gibt es zum Beispiel im Innenausschuss, bei allen Fragen der inneren Sicherheit sind die federführend. Das ist die Bezeichnung dafür. Das heißt, die haben die Hauptverantwortung. Andere Ausschüsse sind immer mitberatend und wir sind bei allen netzpolitischen Themen mitberatend. Okay. Aber der Innenausschuss kann auch Gesetzestexte schreiben oder so? Genau, also wenn wir zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung nehmen, da wäre der Innenausschuss der federführende Ausschuss. Nicht ihr? Nein, wir sind mitberatend und werden denen helfen, da richtige Positionen zu finden. Und was würdet ihr zur Vorratsdatenspeicherung sagen? Habt ihr da eine Position? Wir warten jetzt das Urteil des Europäischen Gerichtshofes ab. Ich glaube, dass es recht wegweisend sein wird. Der Generalanwalt hat gesagt, er hält die Vorratsdatenspeicherung für rechtswidrig. Meine persönliche Position ist bekannt. Ich lehne die Vorratsdatenspeicherung ab. Warum? Weil ich sie für einen zu tiefen Eingriff in die Grundrechte der Menschen halte und nicht für verhältnismäßig. Es gibt allerdings auch andere Positionen in der SPD und sobald das Urteil des Europäischen Gerichtshofes da ist, werden wir das sicherlich sehr intensiv diskutieren. Ich hatte gerade den Jens gefragt, der Köppen von der CDU, wegen Netzneutralität. Da meinte er, die gibt es ja schon, die müsste nicht ins Gesetz geschrieben werden. Siehst du das auch so? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so gesagt hat, weil wir im Koalitionsvertrag gerade vereinbart haben, dass wir sie gesetzlich verankern wollen und ich denke, dass auch die CDU sich an den Koalitionsvertrag hält. Da meint er gerade, es ist nicht nötig. Dann werde ich da mit ihm nochmal das Gespräch suchen. Also wir haben im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen die Netzneutralität gesetzlich verankern, selbst wenn es sie heute geben sollte und das ist natürlich in allen Fällen so, also heute ist das so, dann wissen wir aber, dass es große Interessen gibt, diese Netzneutralität aufzuweichen von Telekommunikationsunternehmen und wir wollen jetzt, dass es präventiv im Gesetzestext festgehalten wird, dass sie nicht verletzt werden darf. Was würde denn passieren, wenn ihr das jetzt als Gesetz macht? Würde sich irgendwas ändern oder würde dir irgendwas verhindern? Nein, wir würden zum Beispiel, also die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde stärken, dass sie viel intensiver hingucken kann und dass sie auch darauf achtet, dass keine Verstöße gegen Netzneutralität stattfinden. Wir wollen nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern wollen jetzt von vornherein da klare Regeln setzen. Das ist mal was Neues. Das ist mal was Neues. Ja, genau. Das ist im Bereich der Netzpolitik auch wichtig, dass wir ein bisschen vorausschauender arbeiten. Wie arbeitet ihr jetzt im Ausschuss? Ihr seid ja ein digitaler Ausschuss. Wir wissen, im Digitalen gibt es eine totale Überwachung, eine praktische. Wie könnt ihr noch sicher arbeiten oder vertrauenswürdig arbeiten? Wir wollen transparent arbeiten sogar in diesem Ausschuss. Das ist das, was wir uns vornehmen, dass wir sehr transparent arbeiten. Das ist ein öffentlicher Ausschuss? Wir werden jetzt mit der Union, also morgen wird der Ausschuss eingesetzt, am Donnerstag. Wir werden mit der Union jetzt darüber reden. Wir haben großes Interesse daran, dass es transparent ist, dass nachvollziehbar ist, was wir da machen und dass Menschen sich auch beteiligen. Aber wer hat denn da kein Interesse daran? Oder wer kann da kein Interesse daran haben? Das weiß ich nicht, ob da welche sind, die da kein Interesse daran haben. Ich hoffe, dass alle ein Interesse daran haben. Das heißt, wenn der nicht öffentlich wird, dann gibt es Menschen bei euch in dem Ding, die kein Interesse daran haben, dass es transparent ist? Das ist ja bei anderen Ausschüssen auch so, dass man manchmal nicht öffentliche Sitzungen hat. Manchmal? Wir wollen jetzt mit der Union darüber reden, dass wir da eine große Transparenz haben. Wie die Großkoalition. Was stehen denn da für Themen noch so an, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat? Ich habe irgendwas gehört hier mit Gesundheit und sowas. Was hat es damit auf sich? Netzpolitik ist ja ein Querschnittsthema. Das heißt, wir haben eigentlich mit allen Fragen zu tun, die mit der Digitalisierung in Verbindung stehen. Auch im Gesundheitsbereich, die ganze Frage E-Health, also auch die elektronische Gesundheitskarte, die Frage, wie kann man auch Gesundheit stärker durch Digitalisierung kontrollieren, Gesundheitsdaten austauschen. Die Frage Mobilität wird kommen. Wir werden über Bildung reden. Wir reden über den Breitbandausbau. Wir reden über die Frage von digitaler Wirtschaft. Also es gibt eine ganze Reihe von digitalen Themen, um die wir uns zu kümmern. Auch so, NSA? Die Frage, welche Konsequenzen ziehen wir aus dem NSA-Skandal, gehört auch mit in diesen Ausschuss. Es wird noch einen eigenen Untersuchungsausschuss geben, aber auch wir wollen uns damit beschäftigen. Wir müssen ja beantworten, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, was hat der Staat gelernt aus dieser Affäre und was kann man noch wirtschaftspolitisch zum Beispiel machen. Haben wir was gelernt? Ich hoffe. Also wir dürfen als Deutsche nicht zulassen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ausspioniert werden auf deutschem Boden. Was steht denn immer noch? Da geht es ja zum Aufklärung. Es gibt ja umfangreiche Fragen, auch die bei den Amerikanern liegen, die noch nicht beantwortet sind. Die Bundeskanzlerin wird jetzt da sein. Ich hoffe, dass sie nochmal Antworten auf diese Fragen einfordert. Aber es muss dann zum Beispiel auch darum gehen, dass wir Sicherheits-IT in Deutschland stärken, dass wir hier wirtschaftspolitische Förderungen betreiben, dass wir Verschlüsselungstechnologien stärken und dass wir Menschen noch fit machen, sich im Internet zu bewegen. Das heißt auf Deutsch, ihr fördert Unternehmen, die Sicherheit im Internet garantieren? Es gibt eine ganze Reihe von deutschen Unternehmen, auch kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr weit sind, wenn es darum geht, Sicherheitstechnologie zu entwickeln. Und da kann man als Staat auch Schwerpunkte setzen, dass man die noch intensiver fördert. Und zum Schluss, ich hatte gerade den Köppen gesagt, erzählt von der Diskriminierung neuer Journalisten durch die Bundestagsverwaltung. Da hat die CDU gesagt, dass sie sich einsetzen wird, dass das aufhört. Wie sieht die SPD das? Also wir haben das Thema auch in der Bundestagsfraktionssitzung diskutiert und es war völlig klar, dass es eine ganze Reihe von Journalisten gibt, die mit Blogs schreiben, die in neuen Medien, ich mag den Begriff neue Medien nicht, aber die da unterwegs sind. Und für uns ist völlig klar, dass die auch sich akkreditieren müssen im Bundestag und wir gehen jetzt auch noch mal auf die Spitze des Hauses zu und wollen es erreichen. Schön. Alles klar. Das war's doch schon. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.